Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go Ninja, Go! Go, 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 Go! Konnichiwa, ihr lieben Nenners und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Super Smash Bros. zusammen mit MG. Guten Tag! Sind wir noch mit Samus unterwegs? Ich hab jetzt Yoshi. Ich find halt die Deckung von Yoshi zu geil. Oh, was machst du da? Mit dem Ei, weiß ich nicht, rumfliegen. Hast du, wenn man so eingesorgt wird? Deswegen spielst du Kirby. Ich spiel ja grad gar nicht Kirby. Ich hasse ja nur, wenn ich eingesorgt werde, nicht, wenn ich andere einsauge. Das ist mein Ei in Ruhe. Cool. Oh, ah, fast. Nein, nein. Ja, wo ist der hin? Weiß ich nicht. Komm, ich krieg, ich krieg Helfer, die ein Scheiß können, ne? Das ist einfach weg. Nein, ich wollte das. Was auch immer das machen. Du brauchst drei Teile für das Ding. Kannst du jetzt mal... Ja, ist jetzt mal gut, ne? Nein. Wie komm ich auch nach? Komm jetzt. Ja, geht doch. Na, ich fliege hinten raus. Was? Leck? Oh, Leck. Noch ein Leck? Wart für eine. Alter. Okay. Kriegen wir das jetzt noch gebacken? Nintendo-Server dauernd oder was? Ich hoffe mal nicht. Wo hilfst du hin, Yoshi? Aber wir holen uns beide im TS-Cooter an, oder? Ja, 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 ja. Uns liegt es nicht. Dafür zahlt man ja nur. Was? Oh, ich glaube, ich habe dich getroffen. Ja, nee. Weiß ich nicht. Jetzt. Heißt ja nicht, dass die Server besser laufen, nur weil man jetzt zahlt dafür. Da beschweren sich echt viele. Wie mache ich den Samus-Smash? Und was ist das? Ist das nach oben oder ist das nicht nach oben? Ohne Scheiß, du bist so leck beim Kämpfen. Ja, schön. Wow. Oh, er rettet sich ins Hand. Nee, nichts gerettet. Was? Du fährst nicht weg. Ende. Oh, was? Du wirst doch auch runtergefallen. Wieso wäre ich jetzt runtergefallen? Hörst du da unten, was? Ist egal. Samus ist weg. Oh, ich komme nicht mehr hoch, ey. Samus ist weg, Freunde. Hoffentlich sind die Lags jetzt auch weg, ey. Ja, das war jetzt schon heavy. Ja, aber wie gesagt, das heißt nicht, dass die Surfer besser laufen, nur weil... Ja, auf keinen Fall. Das ist halt das Problem, ne? Ist halt echt traurig. Muss jetzt was online zahlen, aber die Lags sind immer noch real. Außer Mario Kart und all das. Ja. Was aber viel das WLAN ausmacht. Wenn du einen Netzwerkadapter hast, angeblich läuft alles besser. Ist auch. Liefern kein Dingens mit, kein Netzwerkanschluss, aber hey, du musst da allen dafür, dass du anständig spielen kannst. Hat ja früher nicht sein müssen. Ja, Pikachu. Ciao, Pikachu. Ciao, Pikachu. Ich hatte Pikachu. Ah! Wenn man die eine Attacke macht, dann kommt er nicht mehr hoch. Ja, ja. Jetzt ist mal Ruhe hier. Huh? Wieder ein Lager. Was ist denn jetzt los? Ey! Ich kick dich von dem Ort weg, wo es den Donnerschlag gab. Oh! Ich klappte schon wieder. Ja, meinst du irgendwie? Oh! Nein, 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 nein. Bleib mal schon da unten. Ah, was? Er holt nicht noch mal. Hol dich nicht einmal weiter. Nein, nicht jetzt! Er fällt wieder runter. Ey, jetzt ist mal gut. Geh mal eins tiefer. Ey, wieso kommt hier der Blitz durch? Oh! Oh! Es war eine miese Aktion. Hey! Oh! Was? Wo bin ich hin? Ich bin Tanuki. Tanuki Yoshi. Ich habe noch einen zusätzlichen Geschwanz bekommen. Da oben. Wo hast du den her? Keine Ahnung. Eingesammelt. Lag rum. Also mit Pikachu kann ich nicht. Halt mir mal ein Fall. Ne, Pikachu ist auch ein wahnsinnig schwerer Charakter, finde ich. Aber wenn du drauf hast, ist er echt stark. Wie eigentlich mit jedem. Eingesammelt. So, wird ja doch nicht so niederschmettern, wie am Anfang gemeint von dir. Ist schon niederschmettern. Zumindest hole ich mal ein bisschen auf. Oh, mein Pokémon echt runtergefallen. Achso, wahrscheinlich. Ja, du hattest ja schon wieder 130%. Wahrscheinlich. Was meinst du? Yoshi, ja lächerlich. Yoshi macht's. Und wie. Totale Zerstörung. Ich habe 5 K.O.s habe ich. 6 K.O.s habe ich. Ja, wie viele davon waren von dir? 2 vielleicht. Reicht. Kann ich jetzt mal hier wechseln? Ich habe 9 Medaillen. Lächerlich. Jetzt kommt Kirby. Nein, er überlegt. Er überlegt. Soll ich Kirby nehmen? Kirby ist zu früh. Kirby ist zu früh. Kirby ist dann, wenn ich dich mit den anderen komplett gar nicht abziehen kann. Dann kommt Kirby und holt alles danach. Aber wirklich. So eine Stream. Du weißt schon, dass ich auch Kirby spielen kann. Ja und? Ich bin Kirby Master. Ja, ja. Kirby Main sagst du? Kirby Main. Also mehr Luftschläge als alles andere gerade. Heißt doch. Was? Er lackt sich weg hier. Nein. Ohohohoho. Wenn es denn durchgefallen. Das war dumm für mich. Passiert, ne? Ich darf die Scheiße nicht unbedingt an dem... Er brennt. Ohohohoho. Nein. Oh, was mach ich? Verkacken. Die Map ist aber auch fies. Ja, die ist... Verkacken. Verkacken. Auf Forks ist so... Wieder so ein Charakter. Kannst einmal hüpfen. Dann hat der noch so eine Attacke nach oben. Ja, auch mit der Karke. Oko. Ciao. Das ist die Attacke im Übrigen. Das war... Haha. Er probiert halt mit Gewalt, dass er nochmal runterkriegt, oder? Nein, nein, nein. Äh, wo haben die Mucke dazu? Die Map ist ja nur Cance. Da. Wer darf das schon? Ohohohohohohohoho. Komm under. Ah, komm her. Flach hin! Flach hin! Noch beide 1 Felder runter. Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut aber unseren anderen Videos vorbei. Bis dann, und rein. Ciao!